Ja, natürlich sind die unangenehm, die spielen guten Fußball. Die standen natürlich mit fünf Mann hinten recht kompakt. War schwierig, uns durchzukombinieren. Wir haben probiert, Fußball zu spielen. Und in der ersten Halbzeit sind wir auch bis zum 16er, hat das recht gut geklappt. Und dann hat halt meist der letzte Pass gefehlt. Und ja, da müssen wir halt auch draus lernen, wirklich noch konsequenter probieren, das Tor zu machen. Und ja, uns auch besser durchzuspielen. Und ja, wie gesagt, ich denke, da war gestern sehr viel möglich, was wir leider nicht genutzt haben.